Wo weißt du das noch? Von der Mutter von Niki-Laura Mit der haben wir auch schön Foto Mona 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 sono Montag Fraga Heute ist Montag Schön das ihr da seid Im Megapark Oh ja Wo ist schon wieder easy? Easy Easy Heute ist Montag ich bin schon da Ich habe mir einen Tisch reserviert Es könnte heute Abend boosting Der König gibt sich die Ehre und kommt in den Megapark und ich habe einen Tisch relativ weit vorne und hier gehe ich heute nicht mehr weg. Jürgen Dresen ist heute um 21 Uhr am Start. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Immer wenn der pur Megamix läuft, gehen unsere DJs auf Toilette. Weil das Lied so lange ist, dass sie mal kurz Pipi machen gehen kann. Alles gut. Du kommst jetzt in meine Story rein. Was wolltest du machen, ein Foto? Wir wollen den TSV Kontern verlinken eigentlich. Wen willst du verlinken? Den TSV Kontern. Seid ihr auch eine gute Mannschaft? Ja. Bayern Liga. Was für eine Liga? Bayern Liga. Foto. Ball Liga? Ich verstehe kein Wort. Was redest du überhaupt? Bayern Liga 50 Liga. Fünfte Liga. Endlich fünfte Liga. Bayern Liga hin oder her. Heute ist hier zweite Liga und zwar Megapark wird hier übertragen wieder. Ihr beide seid ja eigentlich die, die den Megapark wieder ins Leben gerufen. Oh, das hast du aber schön gesagt. Wusstet ihr, dass wir Whatsapp haben? Ich schicke das jetzt per Whatsapp an den Megapark. Pass auf. Megapark. Ein schönes Foto hier. Die Nummer findet ihr hier oben im Text. Die Sonne scheint bald Tag und Nacht. Freunde, ich bin so gespannt, was heute passiert. Weil es wird wieder ein richtig geiler Tag. Also, ich weiß nicht worauf ihr noch wartet. Ich bin da. Kommt vorbei. Ich fühle mega. Ich fühle mega. Ich fühle mega. Ich fühle mega. Here we go. Reiß die Ende hoch.